aber ich bin zuversichtlich glaube ich kann man eine gute chance er zählt ist unmöglich wo es da wieder mitkommen kummer was damit kommt es ist nicht mehr normal das sind 30 leute sind das schon wieder wir sind noch eigentlich relativ gute kisten ich habe hier schild für uns alle und dann ab in tresor rein dann fahren wir noch ein bisschen und dann was hilft auseinander okay er muss doch so der eine muss auf schuhe das ist geil so oft besorben und zwar leben sich können das gefällt kann ich die dinge haben oder dem büder alles gut hab ihn so der typ also der hat auf jeden fall keinen ich habe dies noch hat der spider-man das wäre aber da wird gleich die hölle los wir müssen auf jeden fall ich war mir grad schon nicht auf halkland gelandet das ist katastrophen ganz vergessen abfahrt tilted oder was let's go wo land jetzt so ich würde sagen entweder hier oder hier ich überleg das lassen das man ja da muss man auch passend leser noch mal von außen rein unter uns wollen wir die holen ja die sind ganz runter habe ein die 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 ich habe mich für euch sehr gut jungs wie dominierend bildet so muss sein und ganz offen der laser wahrscheinlich runter ich lass mal hier auf main und gehen das ist das beste eigentlich da kommen seine kollegen stark jungs oh mein gott das ist die road ich habe eine goldene smg ich habe drei schuss ich habe schon ich habe schon da kam glaube ich von double wir warten der unten ist aber oh mein gott digga was passiert die grad einfach ganze lobby hier im haus warte ich vermute wo ist noch einer aber du könntest uns safe wahrscheinlich hier holen oder selama bro so wichtig und game changer mäßig der wartet auf uns ja wir holen den alarmer schnell die idioten ok das sieht sehr gut aus ey was ist da schon wieder los was ist das der schießt auch nicht die links lang vielleicht können wir noch zum besorgen hier ist vielleicht schon mal kurz was da abgeht ganz zielte tausend auseinander genommen das ist nicht mehr feierlich ich kann mal noch riefen jungs ich kann auch noch was flashen gleich Schiff die waren safe schon welche oder ich glaube Schiff die waren keine ja hier wurde noch nicht gelootet Ja ich brauche noch eine liegt hier noch eine Eierung Jungs Ja die sind über uns oh mein Gott die Leute da sind Ja ich kann es machen ja ich muss einfach warten bis Zone runterkommt dann killen wir die einfach würde ich sagen oder guck mal wie die da campen hinter uns kommen auch noch welche theoretisch kennen wir auch hinten welche von der Zone abfangen glaube ich Ja von überall die kommen jetzt mit der Zone rein Bro Hier direkt vor uns Haben wir nice Haben wir nice oh mein Gott wichtig da sind so viele Leute gerade in der Zone die down sind Äh rechts von uns Jungs pass auf Hat der irgendwas geiles da mal haben die Messer oder so Oh die haben da was Splashes nice Warte ich hab mit niemanden warte ich komm zu dir Ist der unter dir Äh warte ich dropp jetzt mal äh Wer ist unten Hat 21er zweimal 21er Der andere ist hier bei uns vorne Oh der ist hier der Warte ich nimm Nice Kommt mal ja Splash noch einmal Ja wir müssen warten bis die runterkommt Die ekligen Oh nice Jungs Schutzkills sehr gut Oh wie die da campen ne Ey wenn die Zone da oben ist dann ist eh vorbei Ja Lockt mit uns Dann können wir hier Müsst ihr eigentlich Das erwarte ich schon in der Shooter heute überhaupt Ja Ich hab heute frei Ich fahre nicht hin Ja links drin hier ist einer Der ist alleine der ist Solo Oh mein gott der Oh mein gott Oh mein gott er hat alles Bro ich hab euch alles geklaut Ich hab euch alles geklaut Zone ist ja weg War habt ihr alles Spider-Man Ne ich hab nicht weg für noch Spider-Man Ja wenn wir Spider-Man haben dann kommen wir locker hoch eigentlich Oh mein gott ich bin perfekt auf High Ich bin perfekt auf High Jungs wir haben sie wir haben sie Oh sorry Wir sind da drinnen Der ist hier unter mir ne Lass rein hier Er fliegt runter Der ist hier unter uns oder das Wie viel sind denn noch Hier ist der Hier ist der Nice Ich mach hier nochmal Wegen Schauer Ey Jungs das meine erste Tilted Towers Runde die ich gewonnen habe Oh my goodness Ja was machen die Typen Der ist nicht schlau Der ist nicht schlau Der ist nicht schlau Der ist nicht schlau Der Kommt hoch irgendwie Noch einer Der denn da Looll G younger Wir haben gewonnen Let's go Nice round Ich kriegst auch euere Augen Digga Die Kills haben wir Ich hab neun Alter Das war's.